Buh, es ist Halloween und es ist nicht Overwatch, aber gleich gibt es Overwatch an Halloween. Ween interessiert's. Wir machen jetzt noch kurz Mucke, oder Tim? Machen wir geile Mucke? Oh yeah. Cool. Weil wir haben ja gehört, do what you like, tu deine Musik tun, wie du sie tun willst und nicht willst, dass das Business es für dich tut. Jucke! Wallop. Pila. Keine Ahnung, wir haben ja immer noch unsere Loop Station hier, der Tim ist immer wieder fleißig mit der Maschine und wir haben hier natürlich öfter mal schon, als ihr was anderes Feines geguckt habt, Mucke gemacht und jetzt droppen wir einfach mal die scheiße Fett. Remix. 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 Nice. Hier drop it, oder was? Ist das der Beat? Okay. Wieder alles aus dem Mund raus. Buh, 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 B Musik 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 Fick mich auf der Party, Fick mich auf der Party! Fick mich auf der Party, Fick mich auf der Party! Nice Fick mich auf der Party 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 Ja, nice, okay Das war auf jeden Fall schon mal ein Welthit. Remix auch noch. Stimmt, wir haben ja noch das Original. Aber egal. Nochmal fick ich. Okay. Also der Krogi. Das war ja nur der Remix. Der Krogi fordert auf jeden Fall das Original. Aber, äh, okay. Das müssen wir jetzt mal finden, Alter. Wie machst du lang? Action. Oh, oh, Action. Satisfaction. Ich kann auch mit einer Hand den Track suchen. Ich esse gerne Kuchen. Ich komm zu deiner Mutter, um sie zu besuchen. Nein, stimmt nicht. Ich bin für was anderes da, denn ich bin ihr Dealer. Ich habe langes Haar dabei, denn sie trägt eine Glatze. Untenrum. 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 Trägt eine Glatze. Untenrum. Untenrum. Trägt eine Glatze. So. Ist er das? Ich weiß es nicht. Das ist Pokémon geht mir am Arsch vorbei. 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 Okay, das war er also nicht. Vielleicht kann man danach. Also es ist natürlich alles hier derbe, den Spontanus. Bonjour. Bonjour. Ist so mega geil. So geil. Bonjour. Ist so mega geil. So geil. Bonjour. Ist so mega geil. So mega geil. Oh yeah. Bonjour. Ist so mega geil. So mega geil. Bonjour. Ist so mega geil. So geil. Bonjour. Ist so mega geil. So mega geier Bonjour So mega geier So mega geier Konjo Is so mega geier So mega geier Oh, oh Konjo Is so mega geier Drop that fucking beat Konjo Is so mega geier So mega geier Konjo Is so mega geier So geier Konjo Is so mega geier Oh got it Okay, let's go now Like that, that's just the way It is Like that, that's just the way It is It's like that, that's just the way It is It's like that, that's just the way It is It's Ben is optimal Wer ist das? Ben It's like that, that's just the way It is Like that, that's just the way With Lobby people Das ist geil, Profis. Was haben wir denn hier noch am Start? Wo habe ich denn gestartet? Auf. Oh, der war noch nice. Äh, sorry? Ich bin ziemlich laut. Kann das sein, das Output-Level? Warte mal, ich glaube, das war irgendwo hier. So im 30er-Bereich. Machen wir hier irgendwie 35 oder so. 34. Nein. Was ist das? Ne, warte mal. Machen wir nochmal einen weiter. Alter, ich habe den vorhin schon gefunden. Steffens Song. Steffen, das ist kleiner. Okay, Steffen. Yeah. Du, 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 du. Zeig mir deine Pimmel, zeig ihn einfach, ey. Zeig mir deine Pimmel, zeig ihn einfach, ey. Zeig mir deine Pimmel, zeig ihn einfach, ey. Zeig ihn einfach, ey. Zeig ihn einfach, ey. Zeig ihn einfach, ey. Es geht weiter, okay.